Georg Diegruber mit Tageshöhe als Aufbereitung für unseren Kongress Bewusst gemeinsam leben, wo wir ein lebenswertes Dorf der Zukunft zeichnen. Wir haben ein Kernteam, dabei fehlt uns aber das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe eine Sendung mit der Barbara Stöckel gesehen und da war ein gewisser Stefan Sengl dort, ein PR-Profi, der ganz erstaunliche Aussagen gemacht hat. Ich habe den kontaktiert und am gleichen Tag ist der Rückkontakt genommen. Das Projekt findet er sehr, sehr schön, haben mit ihm telefoniert. Mehr als eine Stunde, der Karl Forcher und ich, und er hat sich angeboten, uns zu unterstützen. Er ist wirklich ein ganz besonderer Mensch, Stefan Sengl, wer schauen will und hat uns eine Strategie an die Hand gegeben, wie man das Ganze angegangen hat, Unterstützung angeboten, auch ausbildungsmäßig bei ihm. Er ist ein besonderer Mensch, das sieht man, es gibt viele, viele Menschen in unserem Land, denen es wirklich ein Anliegen ist, etwas zu bewegen, was um viel mehr als um monetären Erfolg geht. Und dieser Stefan Sengl ist so einer. Das zum heutigen Tag. Bis bald. Bis bald. So.